hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem let's play gold rush the game ja wir sind bereits in folge 57 ich glaube wenn ich recht im sinne habe die hälfte weiß ich schon nicht mehr nein ich glaube wir waren dabei tanken zu fahren unserem kleinen hänger hier aber nicht nur das sondern ich glaube wir müssen auch die matten kaufen oder ich bin mir nicht sicher ja ich tue es einfach jetzt mal hin und kauf die matten ich weiß das nicht aber schon nachgekauft hatten ich glaube allerdings nicht immer gucken was sonst was so gebrauchen können oder wahrscheinlich gebrauchen sagen wir es mal so da komme ich nehme doch neue einmal mit bei neue einmal hinzufügen so noch mit davon brauchen wir nix zwei wasserschläuche jetzt sollte ich mich erst mal um die matten kümmern weil sonst kriege ich sie mir nicht mit das sind die matten ich sehe die vermutung dass wir vielleicht auch noch einen verbinder brauchen so sonst noch was hält mir noch was ein darf man noch eins mit ja gut nehmen wir das auch noch mit so wunderbar einmal zur kasse zu haben haben wir das ist ein bisschen faul aber ganz hinten geparkt das ist schon mal drin fläuche packen wir ein bisschen nach hinten los pfeiler lass mich los ich will die werk also wichtig die matten ja jetzt soll ich nochmal für immer ein geräusper spaß hier ist das leider so läuft und dann haben wir noch die beiden eimer falls ihr fragt wofür die beiden eimer sein sollen das sind die die unter die duplex drunter sollen dann braucht die von hinten nicht mitnehmen ich jetzt auch mal bequem gewesen sozusagen aber wie gesagt ich hatte schon die vermutung dass wir wahrscheinlich haben was vergessen dass wir wahrscheinlich eh doch mal hinten erst eine runde baggern müssen weil wir kein geld haben für ein radlader weil das wäre nämlich wahrscheinlich die nächste geschichte die sinnvoll wäre was auf jeden fall sinnvoll ist ist immer ersatz streibstoff da zu haben und deswegen kommen wir zur tankstelle und füllen den spaß ich weiß gar nicht mehr genau wie es noch gegen hier ich glaube viele mache ich jedes mal wieder oder so anhalten motor aus aussteigen da oben rein aha geht einmal vollhauen das ganze tanken klicken wieder weg damit tank zeigt 100% an bezahlt haben wir es auch also hat alles geklappt vor mehr vorsichtig herum fahren das klappt diesmal wäre schwer begeistert wenn unsere sachen hinten noch alle drinnen liegen das ist auch sehr gut so hier vorne biegen wir es wieder rechts ab und dann geht es zurück dann gucken wir erstmal etwas vergessen haben anzubauen bei der neuen maschine bis natürlich die sachen dahin packen haben wir noch ein paar satz sachen mitgenommen falls was ist man weiß ja nie wir haben unsere ersatzschläuche und so ziemlich aufgebraucht verbinde hatten wir auch keine mehr deswegen dachte ich mir sicher sicher ja wenn man nicht so schnell fährt geht das mit den ladevorgängen eigentlich noch einigermaßen aber halt nicht so schnell an der grenze ist wo er gerade hin lädt sozusagen dann hat man auch nicht so viel gerümpel rümpel hier fahr ich jetzt gerade ein bisschen schneller gucken was kommt die blöde meldung wahrscheinlich trotzdem auch nein das war kann sie gar nicht ich bin beeindruckt wow 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 also man merkt jetzt eindeutig das vielleicht doch eine physik am werk ist ich hätte das in willigkeit nicht so rum geschleudert das ist klar aber muss bedenken wir haben immerhin 2000 2000 egal was ging da rein 1000 galonen das sind 4.500 liter sprit die da drin sind so ungefähr ich glaube eine galone sind 4.500 liter bin ich täuscht so passen wir hier durch ja ok klappt wieder ja eigentlich müsste ich jetzt hier einmal das ding mit auffüllen unsere maschinerie oben da ist wirklich nicht viel drin und dann müsste ich im Prinzip nochmal hinfahren tanken und das ding voll machen das wäre theoretisch gesehen der richtige weg so das ist alles aus das ist alles raus oh cool er schreibt jetzt auch drüber was das ist nachdem ich es herangesteckt habe hat er automatisch die schilder für erkannt das war mir vorher gar nicht aufgefallen das ist cool das hat was das muss ich mal gucken ob ich hier dran kommt das sieht gut aus ja und jetzt werden wir wohl fast unser kompletten sprit hier verlieren so simpel ist es so gut ja ich werde mal unsere guten sachen hier hinschmeißen auf den haufen ja die anderen gitter die wir noch hatten die haben wir ja schon hinten unten liegen so das hier auch so das ding hier auch so und wir sollten immer noch ein laufbinder hier haben da haben wir ihn da kommt auch raus wunderbar so jetzt habe ich hier noch drin auch nicht auf die beiden Eimer und die drei matten so sollte es wenigstens sein ja wir gucken kurz warten bis er voll ist hier obwohl ich kann auch einfach die einmal schon mal ein paar andere tragen ob wir da zugucken oder ob ich jetzt einen Teil da schon unten runter bringe das ist das Prinzip egal ne so da ist einer drunter so so Tank ist wieder voll das ist doch ok dann würde ich sagen nehmen wir das gute Stück hier mal ey lass mich da vorbei laufen sorry machen das hier hin dann fahre ich jetzt hier mal vorsichtig rum nach unten hin so bin bin im Winter viel zu weit oder viel zu sehr in den Weg gefahren das kann ich mir so aussuchen eins von beiden wird es sein der mich mal hier ab das ist glaube ich besser so so erst mal nehmen wir den zweiten Eimer der hier drunter gehört so hier habe ich den Minus Moss Part da haben wir ihn reingelegt so da haben wir die zweite auch reingelegt da hakt er wir ein bisschen fest aber da man kann jetzt auch anscheinend durch Pkws durchsehen oder durch Pickups durchsehen das finde ich schon mal sehr löblich nein 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 ho das soll sie runterfallen nein war doch extra schon hier ich wollte mich so ein bisschen verarschen glaube ich so gut zählen uns hier ähm die beiden Gitter die beiden Gitter oh das Gitter vielleicht bitte mitkommen dankeschön dann versuchen wir es mal von der anderen Seite dupdi dupdi dup benutzen also so eins brauchen wir noch passenderweise haben wir noch eins ja ne jetzt seht ihr es ist jeweils zwei Matten und drei Gitter äh zwei Matten pro Gitter und drei Gitter sind da hier sehen wir auch die Anzeige 1 bis 6 Ohm das ist auch wunderbar so der ist leer wie wir es gerade gesehen haben ups hier müssen wir wieder rein ja unser Tank ist nur 7% drin das hilft nicht wenn wir irgendwas auftanken wollen deswegen heißt es im Prinzip schon nochmal wieder zurückfahren und den Tank wieder voll machen dann haben wir schon mal einiges erledigt und dann müssen wir echt sehen dass wir in irgendeiner Form irgendwo Gold machen so simpel ist es wenn wir jetzt gleich voll tanken dann haben wir noch knapp 12.000 und ein paar zerquetschte und damit dürften wir ich weiß gar nicht wir müssen über 2.000 bezahlen glaube ich das heißt damit dürften wir noch ungefähr fünf Tage hinkommen bevor wir pleite sind das heißt dann haben wir fünf ingeben Tage Zeit um uns komplett in eine Runde zu schleudern um uns komplett in eine Runde zu schleudern so wie hier nein sich nicht zu wenden um wieder in die richtige Richtung zu fahren ok ist aber nicht schlecht wenn so ein Absperrband das ganze Auto dreht hat was so ja fünf Tage Zeit um eine Goldwäsche zu verursachen bevor wir pleite gehen so sieht das aus das ist alles was wir jetzt natürlich noch machen müssten oder machen könnten ist natürlich für den Nachtbetrieb unsere Lampen dementsprechend aufstellen aber das werden wir dann erst machen wenn es soweit ist weil wie gesagt jetzt müssen wir echt gucken dass wir in den fünf Tagen vor der pleite sozusagen das ganze geregelt kriegen das hätte eindeutig was so ja ok es ist nicht ganz so teuer wie gedacht weil 7% Sprit ist ja noch drin da ist es jetzt aber nur 93% auffüllen also ein bisschen was sparen wir uns zum Glück so fahr schon ein bisschen langsamer hier in die richtige Stelle richtig ran fahren so Motor aus aussteigen hier den Zapf angenommen da reingedrückt ja die sind keine 2.000 nur 1.000 hallo benutzen also war es das schon oder ist jetzt voll oder nicht ist voll ok wow das ist mal schnell gewesen ne so eine Tankstelle brauchen wir auch recht nicht lange warten das hat was so versuchen dass wir hier wieder sauber rum kommen ja das was wir brauchen das haben wir dementsprechend jetzt an Sprit auf jeden Fall da wir haben Ersatz wir haben alles voll gemacht das sollte jetzt eigentlich gut funktionieren aber wie gut es funktioniert oder ob was funktioniert oder ob was überhaupt funktioniert das sehen wir erst beim nächsten Mal weil wir sind leider schon wieder am Ende der Folge so schnell geht es ich hoffe dass es euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn wir beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würde wenn es euch gefallen hat dann wie gesagt lasst gerne einen passenden Daumen da für mich auch selber ein Abo freuen wir es noch nicht da gelassen habe und ja auch ein Teil wäre klasse bedanke mich natürlich bei all dem die mich schon die ganze Zeit unterstützen und ja ich würde mich natürlich auch über Kommentare freuen was ihr jetzt haltet von dem was wir jetzt so machen würde ich mich sehr über freuen dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal